Moin zusammen, wir müssen darüber sprechen, was unsere geliebte Ampelregierung, die beste Bundesregierung, die wir jemals hatten, nun wieder plant. Wenn ihr neu seid, gerne ein Abo da lassen. Herzlichen Dank, die das alles schon getan haben. Wir gehen direkt los, Handelsblattartikel und hier heißt es im Teaser und in der Überschrift, Ampelstreit um Entlastung. Lindner zerpflückt Habecks Steuerplan. Die Grünen wollen die Steuer für Spitzenverdiener anheben, um kleine und mittlere Einkommen zu entlasten. Laut Finanzministerium müsste der Spitzensteuersatz dafür auf 57% steigen. Leute, 57%. Wir werden ja nicht schon umsonst oder viel weniger beraubt. Also, ist ein Plusartikel, deswegen schalten wir gleich um. Aber als erstes Mal müssen wir uns die Situation angucken, wie sieht es denn mit dem Spitzensteuersatz in Deutschland generell aus. Wir sind hier bei taxfix.de. Spitzensteuersatz in Deutschland liegt im Jahr 2021 bei 42%. Ab 57.918 Euro Jahresverdienst. 2020 griff er bei einem Gehalt von 57.052 und 2022 wird aber hier bei 58.597 auch gelten. Wir öffnen mir mal hier kurz den Rechner, geben diese 58.897 ein, geteilt durch 12. Ich persönlich finde das immer ein bisschen einfacher, sich das Ganze auf Monatsbasis dann darzustellen. Liegt bei, ich runde jetzt ab, 4.900 Euro brutto und man kommt in Deutschland in den Spitzensteuersatz von 42%. Und versteht mich nicht falsch, 4.900 Euro brutto im Monat, das ist ordentliches Geld, gar keine Frage. Wir rechnen das Ganze auch direkt mal aus, mit dem Brutto-Netto-Rechner hier beim Fokus. Was würde da bei uns übrig beim 4.908 pro Monat? Steuerklasse 1, lass mal Kirchensteuern einen aus dem Laden sind mal ausgetreten. Wir nehmen mein Bundesland NRW. Sagen wir, ist ein Angestellter, ist gesetzlich krankenversichert und der Beitrag stimmt auch. Und dann sagen wir hier einfach mal berechnen, dann haben wir die kurze Antwort. Und da hat man sage und schreibe 3.000 Euro netto im Monat. Wenn wir jetzt mit dieser Zahl weiter agieren, in diesem Fallbeispiel, wohnt diese Person, der hier gut verdient, der arbeitet vielleicht mitten in der City in Düsseldorf, wo gute große Firmen ansässig sind, hat vielleicht ordentlich studiert, hat schon ein paar Jahre gearbeitet, um dieses Gehalt erstmal zu haben, wird irgendwo um die vielleicht 35, vielleicht 40 Jahre alt sein, zahlt eine Miete in dieser großen Stadt, weil er morgens nicht reinfahren möchte, reinfahren kann, weil der Sprit auch zu teuer geworden ist und zahlt in Düsseldorf schnell mal eben 1.000, 1.500 Euro für die Miete. Das ist nicht unrealistisch. Ich habe vor einigen Jahren eine Zeit lang durch ein Projekt bei der Arbeit in Düsseldorf gewohnt und kenne die Preise dort. Also, was bleibt netto übrig nach Miete? Haben wir dann noch, machen wir jetzt mal 1.500 Euro. So, davon geht der jetzt einkaufen. Ist ein alleinstehender Mensch mit seinem Haushalt. Sprich, der gibt aber trotz dessen pro Monat bestimmt 250, 300 Euro aus. Hat er noch 1.200 Euro übrig. Dann hat er natürlich schöne Anzüge zu tragen. Die muss er wieder neu kaufen. Hier und da mal wieder ein paar Kleidungsteile und so weiter und so fort. Ja, keine Frage, das ist ein gutverdienender Mensch. Aber überlegt euch doch alleine mal, das ist doch eine Unverschämtheit, darüber nachzudenken, wie viel hier schon weggeht an Geld. 42% nämlich schon. Und dass man das jetzt sogar noch steigern möchte auf sage und schreibe 57%. Wie absolut pervers ist das denn eigentlich? Das ist doch unvorstellbar, weil was ist die Folge daraus? Dass jemand, wie gerade eben in unserem Beispiel genannt, der Kandidat, der vielleicht auch promoviert hat, der studiert ist, der wirklich eine gute Ausbildung genossen hat, der wird sich doch dreimal überlegen, ob er weiterhin in Deutschland bleiben wird. Oder aber lieber sagt, ja Moment mal, es gibt da ganz interessante Angebote. Schweden, Schweden, Norwegen, vielleicht gehe ich auch in die USA, vielleicht aber auch irgendein anderes Land, was ihn reizt, was ihn interessiert, wo er garantiert keine 57% und vielleicht auch keine 42% Steuer abdrücken muss. Und genau so haben wir dann natürlich auch noch die Situation, wer deutlich mehr in diesem Land verdient, wird natürlich noch mehr beraubt seines Geldes. Das ist die sogenannte Reichensteuer. Die liegt bei 45%, also nochmal 3% drauf. Und die bekommt man, wenn man im Verhandlungsjahr 2021 274.613 Euro bezahlt. Klar, das ist ein Vermögen, keine Frage, das ist verdammt viel Kohle. Nichtsdestotrotz, was ist denn mit diesen Kandidaten, die so viel verdienen? Das mögen sehr große Manager sein, angestellte Manager, okay. Aber das sind in dem Fokus doch viele Selbstständige. Vielleicht ein Handwerksunternehmer, vielleicht ein Mittelständler, also ein Handwerksunternehmer, der schon 10, 20, 30 Mitarbeiter hat. Vielleicht aber auch zahlreiche andere mittelständige, kleinere Unternehmen, die einen guten Umsatz erzielt haben und so weiter. Und der Geschäftsführer bekommt davon ein gutes Gehalt und so weiter und so fort. Also diejenigen, die Arbeitsplätze in diesem Land schaffen, die werden sich doch auch dreimal überlegen, ja, mache ich das jetzt hier noch weiter oder wechsle ich vielleicht mit meinem Firmenstandort doch nach Polen rüber, weil ich sowieso in Brandenburg aktiv bin und in Polen? Nee, da ist die Reichensteuer aber ein anderer Betrag und nee, da wird auch nicht darüber diskutiert, ob die erhöht wird. Wisst ihr, das ist ja alles ein kausaler Zusammenhang, der da besteht und das kann man ja nicht so einfach wegreden. Im Gegenteil, man muss darüber diskutieren, dass so etwas realistisch ist und passiert. Denn wir müssen uns auch diese Grafik dazu nämlich hier angucken. De Statis, Statistisches Bundesamt, Wanderungen zwischen Deutschland und dem Ausland, Zugezogene, Fortgezogene und das Saldo daraus. Und wenn wir jetzt auf das Jahr 2021 uns mal konzentrieren, sehen wir hier, Zugezogene, 1,3 Millionen, Fortgezogene sind schon bei einer Million. Das heißt, hier haben wir ein Defizit oder, nee, das ist ein Gegenteil vom Defizit, ein Saldo von 300.000. So, aber wenn man sich diese Zahl, Fortgezogene, hier weiterhin anguckt, Es ist doch realistisch, Leute, wenn ich sage, es verlassen nicht die Deppen das Land. Es verlassen diejenigen, die den Laden am Laufen halten, das Land. Und das ist das grundlegende Problem, was in den Jahren, in den nächsten Jahren, meiner Meinung nach, ganz, ganz groß wird. Weil wenn man sich auch diesen Verlauf über die letzten 15 Jahre, gucken wir jetzt mal, 600, 700, 700, 666, 7, 7, 9, 9, 1,3 Millionen, 1,3 Millionen, 1,1 Millionen. Ja, auch 1,3 hat mich verlesen, 1,2. Klar, 2020 war nochmal ein Abfall, genauso wie auch 2021, weil es halt nicht so einfach ging, auch in andere Länder zu migrieren. Nichtsdestotrotz sehen wir eine minimale, stetige Steigerung. Und nochmal, das sind die Leute, die für Arbeitsplätze hier sorgen, die gut ausgebildet sind. Ärzte zum Beispiel, die hier in Deutschland Horrorarbeitszeiten haben und in Schweden oder auch in anderen skandinavischen Ländern mit Kusshand angenommen werden. Ja, ich bin jetzt auch gar nicht auf diesen Handelsblattartikel mehr sonderlich eingegangen. Brauchen wir aber an der Stelle eigentlich gar nicht, weil wir haben ja neben dem riesengroßen Steuersatz, den wir schon haben bei 42 Prozent und, versteht mich nicht falsch, auch ein Angestellter, der weniger verdient, der hat ja auch schon immense Kosten einfach zu tragen. Machen wir nochmal ein Brutto-Netto-Beispiel. Wir lassen die Daten einfach gleich, sagen aber einfach mal, wir haben jetzt ein monatliches Brutto-Einkommen von 2.000 Euro glatt. Da hat man noch 1.400 Euro in der Tasche. Und dann machen wir das mal ganz klar, aktiv und einfach. Wir nehmen hier das Netto, was rauskommt. Ich habe es hier rübergezogen. 1.437,25 Euro. Und der Bruttolohn war bei 2.000. Also haben wir hier schon einen Steuersatz von 39,15 Prozent bei einem Angestellten mit 2.000 Brutto. Und das passt doch hinten und vorne nicht zusammen. Das ist doch eine bodenlose Frechheit für die Leistung, die man erbringt, dann so viel abzugeben. Und jetzt komme ich zum weiteren Punkt. Die Folge ist ja, das ist ja nur das direkt versteuerte Einkommen. Da gehen ja noch weitere Kosten von ab. Man muss ja erstmal, um zu dieser Arbeitsstelle zu kommen, wo man die 2.000 Euro Brutto verdient, Sprit bezahlen, ein Auto bezahlen, Schrägstrich Mehrwertsteuer ist ja auf diesem Auto zu bezahlen, wenn man es kauft. Dann muss man eine Kfz-Steuer bezahlen für dieses Auto. Angeblich fließt das ja in die Straßen. Wenn ich mir den Zustand der Straßen hier in Deutschland angucke, wage ich dies ganz öffentlich zu bezweifeln. Wir sehen, jeglicher Konsum im Supermarkt, um zu überleben, ist exorbitant teurer. Und wir sehen auch, dass dort ebenfalls 19, respektive manchmal, je nach Produktgruppe, 7% Mehrwertsteuer drauf sind. Also was will ich damit sagen? Das mag zwar jetzt die Besteuerung sein, 39%, 42% und so weiter und so fort. Aber das ist doch nicht die wirkliche Steuerlast, die wir in Deutschland zu tragen haben. Die liegt doch deutlich darüber noch, wenn wir konsumieren. Und das macht man doch einfach nur. Also meiner Meinung nach ist das der gänzlich falsche Weg und man muss hier absolut umschwingen. Im Gegenteil, ich bin dafür, dass man Leute, die hier Arbeitsplätze schaffen, steuerlich massiv entlastet, dass die deutliche Vorteile bekommen, um weitere Arbeitsplätze zu ermöglichen. Und wenn hier Industrie aufgebaut wird, wird ebenso unterstützt, von mir aus nicht direkt, weil sie dann irgendwie Bezuschussung oder sonst was bekommen, sondern das einfach weniger weggenommen wird. Das wäre eine sinnvolle Methode. Oder sehe ich das falsch? Schreibt eure Meinung mal gerne unten rein. Ich freue mich drauf. Daumen hoch fürs Video. Abo nicht vergessen, wenn ihr eine neue seid. Bis zum nächsten und ciao.